Servus Freunde, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich swipe mich gleich nach Lippstadt, Freunde, wir haben da was richtig cooles geplant. Mein Freund macht einen Shisha-Kaffee auf, Leute, und lasst euch überraschen, was wir hier vorhaben. Und ich würde sagen, ich swipe mich jetzt los. 3, 2, 1... Wow! Freunde, ich hab was vergessen. Und zwar bin ich heute um 19 Uhr live auf YouNow, Freunde. Es würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommen würdet, wir ein bisschen quatschen. Ich werde dort ein Pullover von mir verlosen oder ein T-Shirt, Leute. Ich freue mich, euch um 19 Uhr auf YouNow zu treffen, Freunde. Wir quatschen ein bisschen, wie gesagt, verlosen dann etwas. Und wir sehen uns um 19 Uhr auf YouNow, Freunde. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's nach Lippstadt. So Leute, wir sind jetzt in Lippstadt angekommen. Und was zum F*** machen wir gerade hier in der Toilette hier hoch? Albert, was machst du denn? Ich höre, er klebt die Wand damit, die fester wird. Immer schön weiterarbeiten, überhaupt. Leute, ich zeige euch mal jetzt so ein bisschen, bevor wir gleich anfangen zu spielen, Freunde. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Ja, Leute, hier ist halt noch eine große Baustelle, sozusagen. Wird halt jetzt alles fertig gemacht. Ich zeige euch dann mal die Tage, das Endergebnis, wie es hier komplett aussehen wird, Freunde. Ich zeige euch mal noch ein bisschen mehr und wir sehen uns gleich wieder. Peace. Alter, Leute, gönnt euch mal diese Pfeifen, Alter. Wie geil sehen die bitte aus, ey. Das ist doch nicht mehr von dieser Welt, yo. Ach, hier ist Raumschild. Ja, Leute, dann habe ich hier halt noch einen Löwen gemalt. Das muss halt noch ausgemalt werden. Zeige ich euch halt die Tage erst. Gemeint. Alles kalt. Das ist dein Ernst, erlaub ich nicht. Das habe ich gemacht. Leute, ich weiß, das hat sie dir gemeint. Wie ihr sehen könnt, hier ist halt noch eine große Lücke. Hier wird halt noch alles fertig gemacht. Oh, was machst du denn da? Hey, komm her. Hey. Hey. Hey, komm her. Chico. Bitte, komm her. Chico, komm her. Leute, hier ist halt alles noch eine komplette Baustelle. Und das muss in vier Tagen jetzt komplett fertig werden. Denn in vier Tagen ist jetzt die Eröffnung, Leute. Und... Ja, Freunde, was können wir mit den ganzen Kartons wohl machen? Ja, Leute, wir spielen jetzt Jenga mit den ganzen Kartons. Und das wird zu witzig, Freunde. Oh, das ist stumpf, fast doppelt so groß wie ich. Stell dir mal davor, damit man ein Größenverhältnis sieht. Aber ich stelle mich so rum vor, ja? Ja, genau. Geh mal an den Rand, das ist ja fast doppelt so... Leute, guck mal, das ist fast doppelt so groß wie sie. Du bist so ein Opfer. Oh mein Gott, das ist echt. Und der Doktor, er dachte, ich fall da so rein, weiß ich nicht. Baut das mal wieder auf, bitte. Nein, das ist gut. Du hast das kaputt gemacht. Sein Ernst? Was? Bin ruhig dagegen schon? Ja, Leute, wieder aufbauen. Ich sag Ihnen aber, seit dem Auto, das ist doppelt so toll wie das Kaffee. Oh, das ist ein bisschen krass. Ah, das ist toll. Oh mein Gott. So, Leute, wir haben es jetzt wieder aufgebaut. So, alles ist fertig. Und wir fangen an und ich würde sagen, ey, ich darf als erstes rausziehen. Ohlala. Jaaa! Ohlala. Das ist ein bisschen krass. Ich weiß nicht. Nein, das geht nicht. Ohlala. Ohlala. Du willst er? Der denkt, da sind Millionen, Alter, der testet so. Ja, die du gar nicht machst. Was ist das schon? Ohlala. 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 Ja. Das ist doch nicht so. Ohlala. Ich hab's auch nicht drauf. Krokodach und Ilbis analysiert, Alter. Mathematik, Mathematik. Tschüss, Alter. Amja Olu, ey. Boah, ist das schwierig. So viel Kraft hab ich nicht mehr, ey. Boah, krass. Wuh! Alter. Kostet aber. Tschüss. Das ist chinesische Mathematik. Chinesische Mathematik. Oh mein Gott. Du bist... Das fällt bei mir selber auf, was ist Scheiß. Ihr bekommt keinen mehr drauf. Ich würde das fällt bei mir auf. Doch, doch, zieh. Trau dich. Trau dich. Vertrau mir, komm. Das lieb. Lachsam, mach nicht so schnell. Boah, holy shit. Ey, die darf man nicht, die darf man nicht. Die oberen darf man nicht. Die darf man nicht. Ganz ohne Wasser, wenn ich wie ein... Aber das so ist, du Scheiß. Boah, der ist voll groß, der kommt doch rein. Schwingt rumpf, ey, oder? Einfach von rumpf. Atem, du bist. Du bist. Nein! Ach, schlauch jetzt. Wenn ich das schaff, hat einer von euch drei gleich verloren. Ey, mal gucken, grobes Gewicht wird es rein, weißt du? Das wäre über drei. Doch, nimm doch. Boah, der hat was gemacht. Jaoooo. Okay, das ist echt klar. Ich will unbedingt, dass er mir jetzt gleich passiert. Ich schwöre. Bei ihm fällt bestimmt. Doch, linke Fette. Doch, linke Fette. Doch, linke, auf linke Seite. Ach du Scheiß. Du musst erst raussehen, ob du nicht selbst angefangen hast. Ja, tschüss. Ich habe Bock auf die Nacken schälen. Was soll ich sagen? Ich bin bei Blättern. Nein, ich schwöre, das ist immer bei mir. Irrer hab ich nicht. Ey, mein Herz, Leute. Ach du Scheiße. Was hab ich denn gemacht? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, gebt euch das alles auf ein. Oh mein Gott, was hab ich da gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Tschüss. Ey, was haben wir da gemacht? Digger, warum brauchen wir das? Oh shit. Baut uns. Oh, du musst. Ich geh mal aufschauen. Oh mein Gott. Feind dir um. Ui. Ich spür die Überraschung. Sein Leben ist hier. Ich geh schon mal aufschauen. Oh shit. Was ist das? Julius Hobbes. I don't know man. Alter, was ist das? Oh fuck, Alter. Oh fuck, Alter. Mach mal kurz kurz. Digger. Koste, mach es, ey. Wie ist das denn? Wow, das war krass. Wow! Digga, da muss ich schon irgendwie was verwackelt. Guck, die haben voll viel Druck. Die sind gerade so gut. Digga, zieh den hier raus. Nein, ehrlich, zieh den hier raus. Nein, den hier. Der bewegt sich doch schon. Guck. Julius, guck mal nach oben, die wackeln alle. Der komplette Druck ist dann weg, ne? Der labert scheiße. Oh mein Gott. Oha, der macht richtig Taktik. Der greift da rein und zieht es von da unten raus. Ich hab dir gesagt, zieh das raus. Oha, Digga. Diese Taktik kann nur die reichen. Tschüüüüüü. Der hat Lorenz geschrieben. Lorenz, was hab ich gemacht? Welche Steinbrücke als nächstes ziehen? Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Der hat keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Der lacht davon, fällt dir so alles gut aus. Oha, dieses Dings da weg. Ich fällst nicht schlecht. Hey, ja, danke. Ich fällst nicht schlecht. Dafür bin ich auch heute am liebsten. Na, welchen ziehst du jetzt? Vorbei, Leute, ich hab verloren. Bist du heute dran? Ja, ich meinst. Geh wieder nach rein. Du hast schon angefangen. Ja, ich hab wieder reingekommen. Warte, ich muss kurz überlegen. Was machst du da? Was? Ja, das würde ich niemals machen. Wenn du den rausbekommst, ne? Dann bist du ein und wappen. Dann bist du dran. Oh, dein Gefühl. Du, was treibst du in der Lage gerade richtig? Du hast sie jetzt rausgezogen. Heller, hast du's dir auch mal richtig angeguckt? Heller, das kann ich nicht. Aber hier, guck mal von jeder Seite fliegen. Du hast sie jetzt angefasst. Guck mal das an! Wie soll das halten? Ey, geh mal wieder nach rein. Ey, nein, der muss jetzt rausziehen. Ja, natürlich. Hä, der muss jetzt rausziehen. Du hast ihn schon rausgezogen, ey. Ich bin wieder drin, Mann. Wo ist das Problem? Leck mich ab, Mann. Ich hab's gar nicht gesehen. Nein, du wartest gar nicht richtig. Junge, warte. Schau mal. Junge, die Mika sind da. Der ist einfach so fest. Der ist so übelst fest, Digga. Lass ihn rüber. Ey, der komplett in den Boden kommt. Ego! 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 Aar! Das tat so wie. Digga! Fuck! Alles gut? Ah, scheiße! Da kommen jetzt auch Nackenschellen drauf. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock auf ein weiteres Spiel habt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Peace out.